genau siehst du aufnahme läuft wunderbar und stellen wir uns hier mal neben unser schönes schild komm kommst du hier mit her stell dich mal ganz normal wie ich jetzt hier unten kannst du festhalten ja hallo der matthias ist wieder hier ich freue mich dass du mit dabei bist von meinem neuen video wie du sehen kannst bin ich heute wieder einmal hier draußen auf einer show auf einer comic con und zwar diesmal in stuttgart auf der german comic con mit mir dabei ist der driton und wir werden jetzt mal einen kleinen rundgang hier machen es ist kurz bevor die tore öffnen heute hier am sonntag bevor die ganzen leute reinkommen wir wollen mal schauen was es hier so anständen gibt ja dann lass uns mal hier ein bisschen rund gehen jetzt ist mir doch die kamera runter gefallen das ist der vorführeffekt mach ich mal eben gleich mal wieder starten ja der magnet verstoß fällt doch nicht ganz so gut wie ich dachte oder ich habe mich ein bisschen unglücklich bewegt gerade das könnte ich auch sagen ich probiere es jetzt noch mal ich habe die action 2 hier wie gesagt mit dem magneten befestigt mal gucken natürlich noch mit dem zusätzlichen screen modul dadurch erhöht sich das gewicht natürlich auch etwas dadurch erhöht sich das gewicht natürlich auch etwas du möchtest kannst du auch mal so ein bisschen ausfahren ja was haben wir denn hier alles schönes tattoos kannst du dir dann gleich deine tattoos stechen lassen und die masken von squid game die hat der driton auch beim letzten mal für seinen sohn gekauft ist die noch heile ja super geil ich bin noch heile sehr schön hier auch squid game ist ja total angesagt zurzeit guck mal hier die kleinen rc karten kein mario kart racer die maskenpickste mittlerweile überall ja letztes mal hatte die nur der eine in belgien ja wir drehen auch nur eine kleine runde der eingang müsste hier sein genau da kommen die ganzen leute rein hier bei der comiccon in in stuttgart gestern am samstag war es schon richtig voll hier wir haben schon sehr gut verkauft gute geschäfte gemacht da gehen wir hier nochmal runter dann wird das jetzt nur ein relativ kleiner rundgang werden hier da wir ja auch wieder zu unserem eigenen stand zurück müssen die sind ja cool hier die plüft hier hinter die sehen von squid game ja gehen wir hier nochmal längs nicht dass die jetzt unseren ganzen stand überrennen und uns alles weg klauen natürlich ich glaub das ist echt nett das ist ja 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 die kita als ein Ironman Sehr heiß Das ist auch eine gute Idee, die so einzupacken, können sie die nicht so angrabbeln, die Leute? Das ist schön, schöne Idee. Aber wie gesagt, alles so viel Kleinarbeit mit den kleinen Figuren. Da oben hängt ein großer Drachen aus Luftballons, das haben sie schon schön gemacht. Das ist ja gut. Starten. Don't wait. Ja, das ist schon wieder das Ende hier. Unser Kollege ist natürlich wieder am Schleppen. Ja, besuchen wir hier nochmal die Kollegen. Kollege Kau und den Andy. Guten Morgen Andy. Ich lasse dich jetzt mal in meinem YouTube-Kanal erscheinen. Du hast einen YouTube-Kanal? Ja, vor lauter langer Weile in der Corona-Zeit habe ich mir einen YouTube-Kanal gebaut. Okay, dann mach ich mal die Maske richtig aus. Ja, genau. Du musst mir mal deine E-Mail-Adresse nochmal geben, dann schick ich dir mal den Link. Ja. Ja, gestern war schon nicht schlecht, war ganz gut. Ja, gestern war gut. Ja, da konnte man zufrieden sein. Ja. Dann heute auch nochmal ein bisschen Geld verdienen, ne? Ja. Okay, viel Spaß. Da versteckt sich der Kau. So, jetzt haben wir dich genau beim Essen erwischen, bei dich jetzt gerade. Wo wir für den YouTube-Kanal filmen. Ja. Ja, wunderbar. Ja, warst zufrieden gestern? Ja, ne? War gut. Das war alleine. Du bist komplett alleine diesmal, ne? Ja, weil der Helfer ist krank. Ja. Ja, so ging mir das ja in Brüssel. Da war ich ja auch komplett alleine. Kann man mal machen, aber ist ganz schön anstrengend. Im letzten Moment fließt er keinen. Ja. Die können nur Freitagnach arbeiten und müssen am Montagmorgen da sein. Ja, richtig. Genau. Dir fehlt Ritschi, ne? Ja. Glaube ich. Kann ich verstehen. Ja, okay. Ja, ich wünsche dir heute noch richtig gute Geschäfte, ne? Ja, ich auch. Und toi toi toi, dass das nächste Woche mit Dortmund dann auch noch klappt, ne? Dann haben wir unser Weihnachtsgeld, ne? Okay, mach's gut. Ja. Ja. Dann können wir jetzt auch schon wieder zurück an unseren Stand gehen. Hoffentlich haben sie den jetzt nicht komplett leer geräubert in der Zeit. Da ist bestimmt keiner. Und genau. Haha. Bei uns ist natürlich keiner am Stand. Haha. Das kommt schon noch. Wir werden noch ein bisschen Geld hier verdienen. Und ja, dann war das erstmal unser kleiner Rundgang hier auf der German Comic Con in Stuttgart. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann weiß dir ja Bescheid. Gib mir einen Daumen nach oben. Schreib einen schönen kleinen Kommentar. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also, mach's gut und bis bald. Sagen Matthias und Lisa. Von der Comic Con in Stuttgart. Bis dann. Dann kannst du dann hier halt den Bildausschnitt verändern, ne? Auch nachher. Nach oben, nach unten. Also die nimmt ja alles komplett auf, ne? Wie eine Kugel. So. Hier geht's so an.